Ja, heute ist ein besonderer Tag für uns. Wir haben zwei Bilder, die wir ausliefern. Einmal von Fortuna und einmal für den Dashi, ein Starfrisier aus Düsseldorf. Da freuen wir uns drauf und bin sehr gespannt. Es ist immer so was Schönes, was Besonderes, wenn man ein Werk erstellt. Und das Bild an sich in Natura kennt der Kunde dann meistens nicht. Und das ist dann wirklich ein echt geiler Moment, wenn man dann das Bild ausliefert und wenn du siehst, wie der Kunde dann dieses Bild auch wertschätzt, mag und wie es dann auch aussieht, wenn es bei ihm hängt. Jedes Bild ist für sich ein Einzelstück, jedes Bild ist ein Unikat und genau so mega geil ist das auch bei jedem Bild, wenn ich dann sehe, dass es wirklich echt gut ankommt. Und da freue ich mich drauf, da bin ich gespannt. Kommt mit. Da ist mein Freund Mohamed. Mit dir liefern wir eben alles aus. Mohamed, mein Freund, wie geht's dir? Lieber Urlaub? Ah, super. Ja. Perfekt. Entschuldigung mal bitte, habe ich hier irgendwas kaputt gemacht? Nein. Ja, das ist alles kaputt gemacht. Genau. So, auf geht's. Oh mein Gott, mega, mega, mega. Das ist, wenn du hier bist, spürst du Acrylfarben. Hier ist Graffiti. Und das Harz, das veredelt und versiegelt ist dann. Und die Farben sind viel intensiver. Wie gesagt, hoffe ich gefällt dir. Super, super. Und da findest du einen guten Platz dafür. Da weißt du, das Bild ist an der richtigen Stelle. Das freut mich gut. Vielen Dank, dass du das echt gemacht hast. Ich bin ich mega dankbar. Ich bin ich mega dankbar.